Nein, hier wird nichts verkauft. Hier sieht man alles ganz von oben. Ausserdem werden Regler verschoben. Wie funktionieren die ganzen Knöpfe? Das ist eben unser Lichtpult. Mit dem programmieren wir alle Lichtstimmungen, die wir während der Vorstellung brauchen. Zeig mal! Also schau mal, dort vorne wird das doppelte Lottchen installiert. Und wenn wir jetzt diese drei Regler hier runterfahren, dann geht das Saal-Licht langsam aus und mit diesem Regler hier die erste Lichtstimmung hinein. Wow, das ist ja allerhand. Technik kann es halt, ist bekannt. Wie viele Scheinwerfer sind das? Ui, da fragst du mich etwas. Aber warte, das kann ich nachschauen. Also da beim Top und den Lottchen haben wir jetzt 26 Scheinwerfer im Einsatz. Oh, bei so viel Licht wird einem ganz heiss und man sieht der Spieler Schweiss. Iiii. Nein, das ist auch nicht mehr so schlimm. Wir haben inzwischen viele LED-Scheinwerfer installiert und die produzieren nicht mehr so viel Wärme. Aha. Achtung, nicht das Licht so schnell hochfahren. Kommt aus diesem Pult auch Musik raus? Nein, für das ist da das Tonpult und der Computer zuständig. Oh, kann ich mal was hören oder wird das stören? Nein, wir können ja auch einfach etwas vom doppelten Lottchen einspielen. Dann machen wir zuerst die Lautstärke hoch und starten hier auf dem Computer das Lied. Du kennst ja das Lied? Klar, ich habe das Stück schon oft gesehen. Ist das dein Lieblingsstück? Nein, 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 du kleine Mücke. Bei mir sind alles Lieblingsstücke. Na, wenn das kein Schlusswort ist. La da di da. Da 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 di da.